Hi! Hey Leute! Willkommen beim Kanal Mad Dragon Cat Collection. Wir haben ein weiteres Unboxing und auf das freue ich mich riesig heute. Ich gehe mal kurz in eine andere Kamera. Und zwar ist das Megumi aus dem Anime Chujutsu Kaisen. Toller Anime. Dies ist ein bisschen größer als die letzten die wir im Box haben. Megumi mit. Das ist ein Minivoluf von Kotobukiya. Schon fassen auf, hm? Das ist echt gut. Ich will eigentlich so aussehen. Nichts. Das. Das sieht schon richtig geil aus, das riecht nicht gut, es ist nicht eingefallen, dann wird der Fieber jetzt. Was für eine Schuhe da ist. Sieht klasse aus. Mehr Gummis. Hallo. Wow. Richtig, richtig Hammer. Hammer. Das Gesicht, die Details richtig schön. Klasse. Die Pause. Wow. Setzen wir ihn schon mal auf die Base, dann ist er sicher. Richtig gut. Mach mit der Base zusammen. Richtig gut aus. So. Hundi. Wolti. Wolti. Ja. Schön. Wow. Wolti. 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 Andi und ich verabschieden uns. Tschüss. Wolti. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020